Die sicher angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Juni 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Köln-Weiden. 1960 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 88 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 680 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF, 2020